Der Grund, warum ich überhaupt erst angefangen habe, war einfach nur, weil ich Bock drauf hatte. Ich habe halt so gemerkt, hey, das Einzige, was mir in meinem Leben wirklich viel Spaß macht, ist dieses YouTube-Ding. Grandios, wie viel Spaß macht das, wie cool ist die Interaktion mit den Zuschauern, wie genial ist es, wenn man jeden Tag direkt Feedback bekommt.